hallo und herzlich willkommen zurück zu lego reale potter die jahre fünf bis sieben ich bin's wieder hier laut 86 und erst mal ist kein extra an das ist immer gut es ist immer toll wenn man stückmagnet ja wollte ich auch anhaben und schneller kam es ist immer gut wenn man die aufnahme startet die aufnahme sich vorbereitet zu haben denn das kommt immer gut an oder auch nicht ganz so hier brauchte ich einen anderen charakter nicht was man will genau da war was deswegen werden wir uns jetzt mal ganz kurzen level besorgen wo könnten wir uns denn hier nie viele besorgen hier müsste doch eigentlich blubbernder kessel sein um zu blubbern in der blubberischen art und weise wie es nur die kessel von Hogwarts können die ist kein kessel da ist ein kessel gibt mir bitte die wille die willige mir dass ich die wille nehmen kann wo haben wir denn die wille inzwischen müsste eigentlich unter n sein die wille in der bischen jacke kann man eigentlich ersetzen Wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch halbwegs richtig vorbereiten, indem wir auch noch Belatrixen mitnehmen und wen dann aber noch mitarbeiten, wenn wir auswechseln können. Eigentlich gar keinen, oder? Neville, Hermine, Harry, Belatrix, Arthur, Ron, Neville, Hermine, Harry, Belatrix. Ja, lassen wir es erst mal bei denen, die wir jetzt dabei haben. Äh, Neville, da haben wir es. Der alte Neville, da oben hätte ich ja auch verzaubern können, verdammt, verdammt seist du Spiel, dass du es mir manchmal einfach viel zu spät anzeigst, verdammt seist du, ne, oder? Ne, hier sind wir aber verkehrt. Hier sind wir doch komplett die verkehrti. Äh, hier hin? Genau. Hier war der Zaubereiturm. Und ne Wildserinnerung. Du hast Angst vor Scheren? Vor Monsterscheren? Vor riesengroßen, roten Scheren, die dich verfolgen wollen? Und das Ganze hat mir jetzt nix gebracht? Nix? Nix? Das finde ich doch etwas suspekt. Das finde ich etwas suspekt, das müssen wir ändern, aber erst mal bauen wir hier dich wieder auf, um dich wieder auseinander zu nehmen. Ähm, dich wieder aufzubauen, um dich gleich nochmal auseinander zu nehmen, ne, nicht nochmal. Ne, ich nochmal, nicht nochmal. Sekunde, was ist deinem gerade, ist deinem gerade irgendwo, nein, das ist nirgendswo irgendwas erschienen. Ups, Schüler in Gefahr gerettet. Äh, das war zwar nicht so geplant, aber was zum Geier, warum sieht der Zauber so geil aus? Uh oh. Das sieht aber nicht so gut aus. Äh, was können wir uns ja noch zusammenbauen aus den Schäfen von Pisa aufbauen? Ach so, es geht nix weiter, es geht nix weiter. Wir können uns nicht nochmal den Schäfen von Pisa aufbauen. Ja, gehrlich. So, riesengroßen Tassenteile und damit bauen wir uns die erste Tasseloffel zusammen. Denn, wer sich noch an die Jahre 1-4 erinnern kann, der weiß, dass wir das hier schonmal machen mussten und neville im Schlafanzug haben wir dann auch direkt nochmal mit dem Zug bekommen. Ist das nicht sexy, neville im Schlafanzug dabei zu haben? Also, mich macht das total nicht an. Äh- Bylatrickse. Wir fallen gerne da hoch, um diesen Zauber da zu tätigen. und natürlich, um uns hier nochmal die sexy Brillen zu holen, weil ich eben gerade noch nicht weiß, wie wir die genau brauchen. Aber hier gibt es auf jeden Fall noch einen roten Stutz. Beziehungsweise, man sieht ihn ja hier auch. Äh, nicht roten Stutz, sondern roten Stein. Ich hatte jetzt gedacht, wir müssen dafür irgendwas Spezielles erledigen, aber okay. Dann nicht. Dann nicht. Wenn das so ist, dann halt eben nicht. Charaktermarkenfühler freigeschaltet. Äh, goldener Steinfehl. Achso, achso. Hier braucht man Harry, ne? Bedingt dadurch, dass ich natürlich das Spiel jetzt erst wieder gestartet habe, muss ich auch wieder Harry auslösen und seine Erinnerungen mit Voldemort durchleben, um denke ich mal, den goldenen Stein zu erhalten. Ich bin dem Schlaraffenladen. Den blauen Schlaraffenladen. Ewig viele blaue Stutz, aber kein goldener Stein. Ja, mal so nebenbei ne Mülle gesammelt, du. Boah. Ja. So, was hat es mit dir aus sich? Mit dir muss es doch was aus sich haben, etwa mit dir. Nein? Wo zum geier ist der Beziehungsweise Wurz brauchen wir hier eigentlich die Brille. Haben wir die überhaupt gebraucht? Wir würden mich gerade nicht wirklich einfallen. Oh. Aber gut, die letzte Aufnahme ist ja vor dem Wochenende getätigt worden. Hier oben vielleicht? Da kommt man nicht rauf. Schade. Da oben ist aber noch was. Kommt mir mal. Noch mal. Bist du nur dafür da, dass du dich so ein bisschen hin und her schwingst? Bist du dir auch sicher mit dem nur hin und her schwingen? Anscheinend schon. Oh, Menno. Hm. Hm. Ist hier vielleicht sonst noch irgendwo was oben versteckt, was man sonst also so relativ nicht sieht? Ach guck mal, da ist so einer. Schau. Nehmen wir doch einfach den goldenen Stein, der so aussah wie ein brauner Stein, weil er da in der Ecke lag und total mies versteckt war. Böse Spiel. Böse. Böse, 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 böse. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich heute machen soll oder machen werde. Hier zum Beispiel fehlt mir ja noch der rote Stein und, äh, ein Charakterstutz und, ja, sowas zum Beispiel. Äh, ne, dahinten kann man nicht durchschaden. Wäre irgendwie cool. Bestimmt müssen wir euch hier anmalen. Ja. Ja. Alles klar. Noch mehr wachsen und gedeihen lassen, bitte. Wunderbar. Äh. Die auf dem Boden mache ich jetzt absichtlich nicht, weil jetzt machen wir die da außen kaputt. Und sehen, dass wir nix sehen. Keine 1 von 3, keine 7 von 10, kein 12 von 15, kein 28 von 90. Aber es hätte ja sein können. Sekunde ist hinten, hat's versteckt. Hm. Nein, da ist auch nichts versteckt. Ha, 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 ha. Wo könnte in diesem winzig kleinen Gebiet noch ein Charakterstein sein? Ah, ha, 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 ha. 3 von 3 und wir kriegen den, äh, Genie im Kleid. Im sexy Kleid. Sexy in den, äh, ja. Fehlt nur noch der rote Stein. Und da, äh, gibt's ja eigentlich fast nur noch eine Möglichkeit, wo ich den rausbekommen könnte. Hoffe ich zumindest. Äh, kein 1 von irgendwas. Das ist schon mal, äh, nicht so gut. Aber auch nicht so schlecht. Kann ich dir das jetzt ganz auffüllen? Äh, hinten war noch eins. Das war aber auch noch voll. Ja, einfach mit Wasser aufgefüllt. Sehr schön. Aha, da haben wir noch. Ha, 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 ha. Ja, das ist doch wunderbar. Ha, 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 ha. Das ist doch wunderbar. Und wir kriegen Unbesiegbarkeit. Wir können unbesiegbar werden, wenn wir das denn wollen. Wenn wir das denn wollen. Aber ich will jetzt zurück zur Winkelgasse. Zur Schawinkelgasse. Schawin, Schawinkel die Gasse. Denn wir haben schon wieder jede Menge Kleingeld. Jede Menge Kleingeld. Mit denen wir erst mal einkaufen gehen können. Einkaufen gehen können. Einkaufen gehen können. Einkaufen gehen können. Und wir sind wieder arm. Wir sind wieder arm wie eine Kirschenmaus. Wie eine Kirschenmaus. Du hast mich nur noch Hogwarts gebracht, ne? Und wir sind wieder arm wie eine Kirschenmaus. Und wir haben ja hier relativ alles. Bis auf, äh. Das hier, äh. Vollständig habe. Äh. Gucken wir uns doch mal den Abschied vom Ruhestand an. Moment mal. Warum packst du mir einen Geist ein? Du hast mir sonst nie einen Geist eingepackt. Warum packst du mir jetzt einen Geist ein? Das muss einen Sinn und einen Zweck haben. Abschied vom Ruhestand. Äh. Äh. Hier hinten wäre was versteckt gewesen. Das hatte ich aber schon. Telefon. Teflon. Teflon. Äh. Hup. Oh. Ein paar Stutzen. Ach ja. Hier war ja der kleine süße Milchwagen gewesen. Milchwagen-Action. Aha. Sekunde mal. Warum kommt ihr jetzt hier mit... Warte. Das muss doch einen Sinn haben. Ja. Toll. Ich habe den Milchwagen wieder kaputt gemacht. Zeige ich doch. Aber warum kommt ihr damit immer raus? Das muss einen Sinn nicht da sein. Du hast glaubt. Kein eins von irgendwas angezeigt. Aber... Ich vermute da einen Sinn hinter. Sekunde. Du bist rot. Rot. Du bist doch nicht aus Spaß, Rot. Jetzt geh ich schon kaputt, Mensch. Na gut. Dann halt eben nicht. Äh. Dann fahren wir trotzdem weiter erstmal. Oder? Ähm. Eins von fünf Zwergen. Weil wir sind hier bei Harry Potter und die sieben Zwerge. So. Nicht? Ich weiß nicht, was genau das bringt, aber ich teste das jetzt aus. Ich weiß auch gar nicht, woher Harry die Lizenz zum Fahren hat. Aber er hat sie. So. Wo haben wir denn da? Haben wir noch eins? Wahrer Zauberer. Wunderbar. Und da hinten ist ja auch nochmal eins. Hörn. Okay. 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 Zwei von fünf Zwergen haben wir schon mal. Trotzdem frage ich mich, wie man zum Beispiel der Yuka retten soll. Weil da kann man ja nicht einfach... Achso. Wir können einfach so... Darüber zaubern. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hm. 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 Zwei von fünf Zwergis. Äh. Wups. Ich muss mir das separieren frei oder das Akkombieren im Allgemeinen. Die kann man nicht öffnen. Äh. Warum kann ich den grünen Zauber hier nicht? Äh. Echt? Alles noch etwas sehr verwirrend. Der Blut hier über roh. Die Maul und die Mörte. Warum packst du mir so welche Charaktere ein? Besonders darum haben wir... Doch, haben wir. Wurde grad sein. Kein Charakter, der hier böse ist. Noch ein Zwerg. Drei von fünf. Und die magische Brille. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt ist natürlich nur die Frage, bleibt die magische Brille auch bestehen, wenn wir, äh... ne Runde apparieren. Testen wir es doch aus. Ja, bleibt sie. Geile Sache. Geile Sache. Betonmischer? Äh. Aha. 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 Ein Teil von Hogwarts. Ja, Mann. Geh weg da. Nee, da kriegen wir nix mehr raus aus der Kiste. Dann nochmal wieder rüber. Rüber, rüber, rüber. Äh. Arthur, Arthur, Arthur. Da, Arthur, können wir auch mal neu reparieren. Schneller reparieren wäre schön. Wenn wir das mal hätten. So, egal. Weil er, ging ja doch. Viet, Tiff! Äh. Warum zum Teufel kann das Ding entfliegen? Da muss doch ein, da, der, der, der muss doch wieder einen Sinn hinterstecken, oder? Der sich mir aber noch nicht, ne, toll geparkt, toll geparkt, so. Der sich mir aber noch nicht ganz ergibt. So, dich läuft noch höher. Gut, du bist leer, ähm. Hier hinten ist auch nichts weiter mehr. Nein. Nein und N. Hm. Hm, 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 hm. Äh, graben. Graben, graben, graben. Nivell, du kannst auch graben. Du kannst auch graben wie ein Weltmeister-Grab. Aha. Aha, 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 aha. I like it, that's great. Aha, 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 I like it. Was holst du uns wieder für merkwürdige Sachen aus deiner, hey? Was hast du uns denn jetzt? Was? Ah. Den Milchmann. Wahrscheinlich müssen wir den Milchmann auch fahren, um da, äh, mehr zu erfahren. Dat le-Level. Jacksley da haben wir noch. Ach nö, nicht schon wieder sowas. Das heißt, hier kann ich auch wieder nicht 100% holen in dem Level. Och, mann, oh. Ich brauche dringendst mal irgendwann in nächster Zeit. Ähm. Das sieht man aber, dass dort drunter noch was versteckt ist. Okay, ich muss erst mal... Was muss ich machen? Ich muss meinen anderen Charakter mal hier rüber holen. Guck mal da hin. So, komm. Bei Fuß. Und warum macht ihr Lichter an? Hört auf, Lichter zu machen. Wir brauchen keine. Äh. Verstehst du das beim Fuß nicht, oder was ist los? So, jetzt aber hier. Ach so, verdammt. Eine Zutat für den Trank, den wir brauchen sollen. Weil wir den starken Charakter brauchen. Da ist der Zugang noch frei. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt... Können wir die Statue... Nein, wir haben schon 3,8. Okay. Äh, wir können jetzt erst mal mit dem Melkmann-Wagen... Jacksley überfahren. Oh, Gott, ey. Blödes Elektroauto. Komm. Fahr mal ein bisschen schneller. Und damit haben wir jetzt... Alle Milch... Milchtüten rausgeholt. Okay, mir fehlen noch 2 Zwerge. Äh, und... Lichtwagen mussten wir, glaube ich... Muss man hier noch irgendwas erledigen mit dem Wagen oder so? Ne. Wir müssen uns auf jeden Fall einen Zaubertrank noch bauen. Das ist klar. Noch einen Zwerg finden. Äh, da bräuchte man einen starken Charakter. Beziehungsweise noch 2 Zwerge finden. Die können wir nicht abschießen. Dafür können wir aber dich auseinander nehmen. Wo sind denn hier noch die Zwerge? Zwergis, Zwergis, Zwergis. Wo seid ihr meine kleinen Zwergis? Ich weiß, ihr habt euch hier irgendwo versteckt. So, dich machen wir noch. Und dich machen wir noch. Dich machen wir kaputt. Da lassen wir noch was wachsen. Machen wir kaputt. Irgendwie fehlen mir noch Zwerge. Wo sind die Zwerge, wenn man sie mal braucht? Hm, so groß ist das Gebiet hier eigentlich gar nicht. Aber trotzdem fehlt mir einiges. So vom Bauchgefühl her. Oh Gott. Wieder so ein Wagen, den man da nicht rauskriegt. Hm. Ich sehe nirgendwo noch einen Zwerg. Es gibt keine Zwerge mehr. Zwerge sind ausgestorben. Vielleicht, vielleicht. Ich dachte, hier können wir einen Brunnen draus machen. Wodurch wir die letzte Zutat kriegen. Wir sind keine Zwerge. Ich habe drei von fünf. Aber ich sehe keine weiteren. Versteckt ihr euch vielleicht hier mal irgendwo? Wo man euch nicht so ganz so gut sehen kann? Da oben, vielleicht. Keine Zwerge mehr. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich will doch nur Zwerge haben. Give me, give me, give me, give me, give me, Zwerge. Hm. Bum, bum. Äh, naja. Zumindest haben wir einen Teil von Hogwarts bekommen. Also alles werden wir nicht besorgt bekommen kriegen. Irgendwie. Sagt mir das mein Gefühl. Ich glaube, ich kann mir echt nie abschießen. Hier ist auch kein Zwerg mehr. Hier ist auch keiner. Du gibst uns auch kein Zwerg. Aber dass du so rot bist und dass ich dich nicht zerstören kann, das wohnt mich sowieso auch. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Und was es mit diesen Flaschen hier auf sich hat, das weiß ich auch immer noch nicht. Wie gesagt, da denke ich mal, da brauche ich den Milchmann für. Suspekt, Suspekt. Dann gehen wir erstmal weiter. Was bleibt mir auch anderes übrig? Äh, Jack Slay. Hier, komm mal. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Da ist doch irgendwas. Da ist noch irgendwas. Äh, was zum Geilherr bist du für eine Uhr? Was hat mir die Uhr jetzt gebracht? So, du öffnest uns dadurch jetzt den Weg. Ist... Zimmer. Aber was hat es jetzt mit der... Hä? Wo war der... Wo war der Sinn in der Uhr? Ich verstehe das nicht. Im Endeffekt hat mir die Uhr doch gar nichts gebracht. Aber das könnte mir jetzt was bringen. Haha, Dumbledore. Ach, Dumbledore, der wollte mir auf Toilette gehen. Okay. Füllen wir mal die Dusche. Aha. Nett, 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 versteckt. Nett, schlecht, versteckt, du. Äh, Fenster aufschießen. Na, können wir noch was abschießen? Oh. Was soll das denn hier? Was können wir uns denn jetzt noch schönes hier rausbasteln? Äh. Ja. Ach, hier. So, Dumbledore. Jetzt kannst du auf Toilette gehen. Ja, Dumbledore. Verflucht. Freigeschaltet. Da haben wir Dumbledore das Ding, das Örtchen wieder zusammen gebastelt. Ohne das wäre er nämlich nicht klar gekommen. So, die Elektrik mal ein bisschen reparieren hier. Äh. Da wieder dran. Dann leuchten wir das damit auch. So. Ach, Neville, du hast da so einen komischen Frosch die ganze Zeit mit dabei. Ich hab mich schon gewundert, was die ganze Zeit hier am Quaken ist. Tjo, den Kamin auch hier rüber gemacht? Dann dürfte es ja eigentlich das erstmal gelesen sein, oder? Äh, so. Oh, noch eine kleine Kerze. Da haben wir auch noch was. Bücher. Sonst haben wir nix mehr, wa? Ja, Neville. Du hast Pflanzen. Hm. 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 Du schlägt. Äh, wir bräuchten eine Brille. Bräuchten. Oh nein, wir konnten erst mal. Das alles beiseite machen. Wir sind. Wir sind. Wenn ich die magischen Wisli-Laden. Für Wisli-Hafte magische Wisli-Sachen. Hm. Und kann dies mal ein bisschen mehr erledigen. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Äh. Okay. Einfach nur damit du dich drehst. Alles klar. Äh. Wup. 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 Ja. Das ist so toll. Alleine die Idee sowas mit einzubauen finde ich cool. Äh. Du wirst angegriffen. Ja. Lass dich doch nicht angreifen, Mensch. Hm. Wurste doch nicht. 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 Ey Danke Danke, dass das dann doch so hingehauen hat Achso, das hat uns Den Weg gefreut, alles klar Äh Okay Okay Äh, hier brauche ich meine Mine Ron, Ron Na gut, dann nehmen wir erstmal Ron in der Unterwäsche Ja, das kann sie nicht, ich kann mir schon Ron nicht mehr in der Unterwäsche So ist gleich viel besser Äh, Dudley, Slakorn, Harry Hermine, Hermine, da ist er noch So So Gut, dass ich beiseite gegangen bin Gut, dass ich beiseite gegangen bin Mies Mies, 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 mies Von den Entwicklern Ich hätte voll einen ins Gesicht gekriegt Ihr Schweine hinten Äh Ne, nicht füllen Okay Es ist offensichtlicherweise verboten Mies, die, äh Kiste mit einem anderen Charakter zu benutzen Das gibt nur Ärger und Probleme So Jetzt können wir hier noch endlich mal hier den oberen Bereich Absolut Rausfinden, was hier so kotzt Ist der Typ da rechts die ganze Zeit am kotzen gewesen? Nein Na gut Dann bleib du auseinander So Apparieren Ha Schüler in Gefahr Gefahr gerettet Und Ja Äh Was sollst du da stellen? Riesengroßes Ei Mit Hasenhorn Oder Was? Was zur Hölle bist du? Ach Ein Plumsack Dreh dich nicht um Ne Nicht ein Plumsack Sondern so ein Springsack Sack springen Sprung die Um die Sacki Bucky Aber was hat das hier nicht noch auf sich? Ich meine Man wird ja hier nicht aus Spaß weggeschleudert, oder? Eigentlich Beziehungsweise hier noch ne Biesli Kiste Mit der wir Wo ist das Chartdingen? Ach du hast das Chartdingen, ne? Genau Voll frei Ach genau Dich konnten wir damit einsperren Und damit haben wir uns auch den Weg nach draußen gefahren Ha Da war ja was Wie sieht's denn eben gerade aus? Schüler in Gefahr Drei Teile von Hogwarts Bestimmt ist hier eigentlich mal ne Plakette Aber das weiß ich gerade nicht Den Milchmann haben wir bekommen Den Dumbledore verflucht haben wir bekommen Waren Zauberer sind wir geworden 900.000 Steine noch oben drauf Wir sind schon wieder reich Schüler in Gefahr haben wir ebenfalls bekommen Und das sind drei goldene Steine Ne, zwei Oder? Zwei goldene Steine 150 mittlerweile Absinnt tropfende Kessel Jetzt zeigt mir mal bitte an Was mir noch in dem Level fehlt Also ich sag mir letztens eine Charakterplakette noch Ja Sag ich doch Alles Klärchen mit Bärchen Wunderbar Wunderbar Dann kaufen wir uns noch ein, zwei rote Steine ein Und dann 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 weiß ich noch nicht Äh Charaktermarkenfühler Herz Regenerieren Nein Mir fehlen 4000 Für die letzte Na ja Humor und Besiegbarkeit Und den Hauswammenfühler Und das schnell zaubern So Damit kommen wir jetzt auf einen Gesamtdurchschnitt von 70,5% Das heißt viel ist es wirklich nicht mehr zu tun Bis auf halt eben noch die ganzen Level nachgehen Ähm Deswegen Warum bist du so komisch abläuft Hier Ne War nix dran Sah nur so aus Okay Ähm Deswegen verabschiede ich mich erstmal von euch Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Äh Wenn wir dann In den nächsten Level gehen Viel viel sammeln Und fettig machen werden Und Hogwarts besuchen Und keine Ahnung was noch alles Ich bin euer Lund9680 Das war Lego Harry Potter Die Jahre 5 bis 7 Bis dann